Die Sprintmaschinen gehören zu den Bestsellern aus dem Hause Holzherr. Und das aus gutem Grund. Keine andere Maschine in dieser Klasse bietet so viel professionelle Kanten-Anleim-Technik vom Fügeaggregat über alle notwendigen Bearbeitungen bis zum Finish mit Ziehklinge, Flächenziehklinge, Schwabbeln und Sprüheinrichtungen. Mit einem variablen Vorschub von 10 bis 18 Metern pro Minute wird die Sprint immer die perfekte Vorschubgeschwindigkeit für jede Anwendung. Mit Kantenstärken von 0,4 bis 15 Millimeter sowie Plattenstärken von 8 bis 60 Millimeter deckt sie ein großes Anwendungsspektrum ab und ist dabei flexibel und auch produktiv. Die Sprint 1327 und 1329 unterscheiden sich hauptsächlich durch die Maschinenlänge. Die Sprint 1329 arbeitet mit einem zweimotorigen Eckkopieraggregat. Die Sprint 1327 ist mit einem einmotorigen Eckkopieraggregat ausgerüstet und ist somit kompakter sowie um 400 Millimeter kürzer. Das zweimotorige Formfräsaggregat kann mit voller Vorschubgeschwindigkeit bis 18 Meter pro Minute arbeiten. Darüber hinaus regeln Proportionalventile die Arbeitsdrücke des Aggregats vollautomatisch je nach Vorschubgeschwindigkeit und Arbeitshöhe. Vier Highspeed NC-Servoachsen sorgen stets für die richtige Position der Diamantwerkzeuge zu ihrem Werkstück und somit immer für exzellente Ergebnisse. Nicht zuletzt sorgen zwei Pendeltaster für ein perfektes Finish an den Ecken und zwar vorne und hinten optimiert. Das Aggregat arbeitet als Formfräsaggregat und kopiert jede Kontur komplett um die Platte. Es kann auch als reines Längsfräsaggregat verwendet werden, beispielsweise wenn hohe Kantenüberstände in zwei Schritten ausgefräst werden müssen. Ihre Kunden fordern immer mehr Individualität und Materialvielfalt. Um dies produktiv und profitabel umsetzen zu können, kommt man als moderne Schreinerei an der Multiprofiltechnologie der neuen Kantenanleihmaschine Sprint 1329 Multi von Holz her nicht mehr vorbei. Mit der neuen Multi verkürzen sie ihre Rüstzeiten enorm und können auch kleine Losgrößen zu jeder Zeit fertigen. Ausschussquoten und Probewerkstücke senken sie dadurch auf ein Minimum. Im Inneren der Sprint 1329 Multi arbeiten Aggregate mit spielfreier Mechanik und hochpräzisen volldigitalen NC-Servo-Achsen, die eine Positionierung mit 100% Wiederholgenauigkeit gewährleisten. Die Sprint 1329 Multi ist durchgängig mit Multifunktionswerkzeugen ausgestattet. Über einen 18,5 Zoll Touchscreen im Breitbandformat wird das jeweilige Profil auf dem Diamant-Mehrstufen-Werkzeug ausgewählt und das Aggregat fährt vollautomatisch in Position. Auch beim zweimotorigen Formfräsen sind die neuen NC-Antriebe und die spielfreie Mechanik integriert. Vollautomatisch kann das Formfräsen mehrere Profile über einen vollautomatischen Revolverwechsler mit absoluter Wiederholgenauigkeit umstellen. Den Abschluss der Bearbeitung macht das vollautomatische Ziehklingenaggregat. Per Knopfdruck können zwei unterschiedliche Profile angewählt werden. Der Ziehklingenträger kann individuell mit Standard-Hartmetall-Ziehklingenmessern bestückt werden und kompletiert die durchgängige Multifunktionsausstattung mit Mehrstufenwerkzeugen und Werkzeugrevolvern auf der Sprint 1329 Multi. Verkürzung der Rüstzeiten, eine stets exzellente Qualität und enorme Vielfalt, die Sie Ihren Kunden bieten können, werden mit dieser Maschine selbstverständlich. Mit der leistungsstarken Sprint 1329 Multi haben Sie eine durchgängig smarte Kantenanleihmaschine als effizienten Partner an Ihrer Seite. Serienmäßig ist die Sprint 1329 Multi mit den Profilen Radius 2 und Radius 1 mm für die gängigsten Kunststoffkanten ausgerüstet. Dünnkanten können jederzeit mit Profilausläufern bearbeitet werden. Darüber hinaus stehen eine Vielzahl weiterer Profilvarianten zur Verfügung. Somit kann Ihre Sprint individuell mit der Profilkombination ausgerüstet werden, welche für Ihre Produktion und Schwerpunkte am besten passt. Die Sprintmaschinen verfügen über ein großes 18,5 Zoll Touchscreen Bedienpult. Dreh- und schwenkbar erlaubt es in jeder Position eine ergonomische Bedienung. Im Inneren arbeitet ein hochmoderner Linux Industrierechner, welcher speziell für die Belange unserer Kantenanleihmaschinen optimiert ist und an Ihr Netzwerk zum Beispiel für die Online-Wartung angeschlossen werden kann. Ein umfangreicher Programmspeicher mit der kompletten Erfassung aller Betriebsdaten sowie Servicemeldungen im Klartext gehören zum Standard. Eine individuelle Benutzerverwaltung mit Passwortschutz und Einzelberechtigungen können für Ihre Bedürfnisse eingerichtet werden. Beispielsweise kann der Lehrling zwar alle Programme benutzen, hat aber keine Berechtigung zum Abändern, während Sie als Administrator Zugang zum kompletten Bedienspektrum haben. Nicht zuletzt zur einfachen Bedienung können die Aggregate über intelligente, interaktive Grafiken eingestellt werden. An der Grafik wird die gewünschte Werkzeugposition für die Anwendung gewählt und die Achsen fahren die Aggregate vollautomatisch in Position. Diese Position wird dann gespeichert und kann jederzeit wiederholgenau abgerufen werden. Das Fügeaggregat sorgt mit den zwei patentierten Airstream-Fügefräsern für eine perfekte Klebefläche ohne Ausrisse in der Deckschicht. Die integrierten Bohrungen in Kombination mit der optimierten Absaughaube sorgen für eine optimale Spanabfuhr. Bis zu 99 Prozent der anfallenden Späne werden direkt von der Absaugung erfasst. Eine Doppelzersparnung wird dadurch effektiv vermieden und sorgt für eine enorme Standzeit der Fräser. Darüber hinaus sind die Fräser auch extrem leise und können bis zu viermal nachgeschärft werden. Das Herzstück der Sprint ist natürlich unser einzigartiges Kleberauftragssystem GlueJet. Mit GlueJet verarbeiten Sie handelsübliche Kleberpatronen oder Klebergranulate serienmäßig mit EVA- oder wasserfesten Polyurethan-Klebern, je nach Bedarf in einer unerreichten Qualität und Nullfuge. In nur drei Minuten ist die Maschine betriebsbereit und genauso schnell kühlt sie auch wieder ab. Durch die kurze Aufheizzeit und den geringen Energieverbrauch ist die Sprint ein Vorreiter in Sachen Energieeffizienz. Mit GlueJet wird der Kleber unter hohem Druck in die Plattenstruktur eingepresst. Durch die 90 Grad Raquel-Aufteilung im 1mm Raster werden beispielsweise auf einer 19mm Platte 19 Kleberstreifen hochpräzise aufgebracht. Beim nachfolgenden Verpressen am Druckwerk kann sich der Kleber nun innerhalb der Schmalfläche vom Berg ins Tal verteilen, ohne oben und unten auszuquellen und erzeugt somit eine saubere optische Nullfuge. Gleichzeitig sorgt dieses patentierte Verfahren für eine hochfeste Verbindung. Mit iTronic steht Ihnen auch eine automatische Klebermengensteuerung zur Verfügung. Hierbei kann die Klebermenge für MDF und Spanplatten oder für unterschiedliche Plattenstärken oder Klebertypen immer bedarfsangepasst perfekt dosiert werden. Die Restklebermengenanzeige zeigt Ihnen jederzeit was noch geht. Restmengen an PUR können beispielsweise vor Beginn des Spülzyklus noch kontrolliert verwendet und müssen nicht ausgespült werden. Die Reinigung des Systems erfolgt kinderleicht über eine vollständig von der Steuerung geführte Spülroutine. PUR-Kleber kann bis zu 48 Stunden in der Kleberstation verbleiben. Danach, in der Regel vor dem Wochenende, wird das komplette System vollautomatisch mit dem richtigen Druck, Temperatur und Reinigermenge gespült und ist danach neutralisiert und tiptop sauber. Einfacher und sicherer ist das Handling mit Polyurethan-Klebern nicht machbar und macht GlueJet somit zum besten System zur Verarbeitung von PUR am Markt. Die Sprintmaschinen können mit bis zu 22 Highspeed-NC-Servoachsen ausgerüstet werden. Unterschiedlichste Anwendungen sind damit auf Knopfdruck und jederzeit wiederholgenau ohne Öffnen der Haube anwählbar. Rüstzeiten, Ausschussteile und Probewerkstücke reduzieren Sie mit den Sprintmaschinen auf ein Minimum. Beispielsweise lässt sich die Stärke der Schutzfolien bei Hochglanzplatten im hundertstel Millimeter genau kompensieren. Sobald Sie die Folie abziehen, haben Sie keinen Überstand. Aggregate fahren bei Bedarf intelligent aus dem Kollisionsbereich. Die Bearbeitungswerkzeuge können für Dünnkanten, ein oder zwei Millimeter Kunststoffkanten perfekt in Position gefahren werden. Auch Bearbeitungen mit einer Phase sind möglich. Selbst die Anwahl für Bearbeitungen ohne Überstand beim Fräsen für Melaminharz, Furnier- oder Massivholzkanten, wo keine Ziehklinge zum Einsatz kommt, sind über die Achsen vollautomatisch möglich. Das von Holz her neu entwickelte FAST-System oder auch Rüsten in der Lücke ist auf der Sprint serienmäßig verbaut und ist einmalig in dieser Klasse. Mit FAST können Sie verschiedene Bearbeitungen gleichzeitig in der Kanten-Anleimmaschine fahren. Es lässt sich beispielsweise das Eck-Kopieraggregat intelligent zuschalten, ohne die Maschine für den Rüstvorgang leer fahren zu müssen. Dabei sind die schnellen Highspeed-Servoachsen unerlässlich, welche die Aggregate für diese Funktion blitzschnell in Position fahren. Damit bringen Sie Ihre Produktion so richtig in Fahrt und können mit der Sprint bei Bedarf über zwei Kilometer Kanten in nur einer Schicht fahren und das in exzellenter Qualität mit Nullfuge. Die Sprint arbeitet mit einer dynamischen Sperrrolle, welche die optimale Werkstückfolge ermöglicht. Sie sperrt automatisch den Maschineneinlauf, wenn beispielsweise Kleber oder Kanten fehlen und vermeidet somit sehr effektiv Bedienfehler. Optional gibt es darüber hinaus ein erweitertes Lichtpaket, welches zusätzlich zur LED-Maschinenbeleuchtung eine intelligente, optische Werkstückfolgeanzeige bietet. Die Kantenanleimmaschine ist entscheidend für die hochwertige Optik Ihrer Möbel. Leben Sie nicht länger mit Kompromissen oder verkrusteten Kleber auf Schmelzbecken. Holen Sie sich mit der Sprint saubere, effiziente und bezahlbare Kantenanleimtechnologie auf höchstem Niveau ins Haus. Überzeugen auch Sie sich von der professionellen Kantenanleimtechnik aus dem Hause Holzherr. Wir freuen uns auf Sie!